3 2 1 ich weiß Leute was geht euer Markus mal wieder Bergamtschein ich dreh gerade GIGAWUNSCHEIN ja hallo Leute was geht hier wieder bei DALIGAMING willkommen wieder zu einem erneuten Video heute Skywars im Gepäck bei dem lieben TheWilliams137 beziehungsweise Williams AD die ganzen NoHeads sind am Start wie findest du das Update? ich finde das Update ganz in Ordnung aber könnte besser sein Ken du weißt nicht mal was Neues klar weißt nicht was Neues es gibt eigentlich Hasen das sollte jeder haben oder ja klar Playboy Häschen ja ich hab ein Spiel habt ihr das MLG gesehen alter so Leute ab gehts hier kommen lasst uns raus gehen ich weiß ich euch hier bau auf so also jetzt sind mindestens 30 Zuschauer wieder weg geht nicht weil ich hab nur 26 das ist natürlich belastet so ist jetzt minus 4 äh äh übelst die geile Kiste glaub ich glaubst du bei mir ist das auch ja ich glaub das wird weiß ich so jetzt wollen wir mal gucken ich hab hier das äh kindes Tank genommen nochmal für euch Freunde ich bin nicht in der Welt wiesoh Bist ja auch abgehoben weißt du was das auf Deutsch übersetzt heißt ja Panzer was panzer lächerlich und du bist 18 lächer als 18 leistiger ich bin einfach runter nein 18 fast 19 mich einfach nicht ja schon mal nimmst du auf oder hallo da ließ zuschauer checkt die aus er macht einfach wer ich hab keinen bock mehr ihr sollt ihn ausdecken unten bei den youtube partner da steht zu hinter die alle abonnieren du bist partner mit williams ich muss leider die partnerschaft bänden mit gegründet und jubel und wer aber so wie ich es ist gut geworden Dominik ja was hast du denn will und tust du mir das an Dominik äh zwei hundert 60 oder so spaß ja nein und wie alt bist du 15 ok so wie es sich anhört mindestens drei ist so eine person die ist schon korrekt aber ich bin ich muss jeden tag schwitzen und seine scheiße da machen soll doch keiner wissen ja auf jeden fall falls ihr das letzte video das vorletzte video oder das vorvor vorletzte video und ich gesehen habe wo jetzt ist die person die mir meine skins macht das heißt nicht das fand mir leute die skins und ja ich hab nicht gekommen und gg alle die da sie wären gut sind jetzt alle schlechte die alle blöcke bitte alle die gedacht haben wir schlecht haben falsch gedacht ich bin einfach der boss der king der kings ist jetzt wieder da ich habe einfach keinen feil ist das euer ernst ich habe einfach keinen einzigen feil nein ja weil ich die ausgetan habe die abgehoben bist du denn ich wollte ihn gerade hier schön mit dem pfeil in 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 face in face ich habe kein essen dann kauft ihr essen als du das essenskid nehmen sollen das ist belastend das ist das kdu oh ne es gibt kein lapis latte zu verzaubern oh shit alter ja das muss ich noch in den kisten verteilen eine runde mitleid ich muss meine stimme schon weil das ist ja mein solz bringt und heute freut ihr euch schon auf meinen neuen song die sind versteckt es ist denn ein abo special oder was ist der community mein jahre special ja es gibt doch keine pfeilung es gibt keinen schlechteren host außer will wir keine ahnung wieso kann man denn hier so ein bock hat die raus zu tun er gibt es jetzt sowas wie ein trampolin in mein kopf ja kannst du doch dein kinder paradies bauen war kannst du deine kindheit wieder erleben nicht wahren ganz ruhig das ist beruhigend ich überküppel dich nur so ein bisschen in der face beruhigend alles klar und ich gehe diesen weg er ist holzig und schwer wer kennt schon auch das hier die playstation verkaufen danke ich gehe meine playstation verkaufen da 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 dolly nein bin ich wieder dolly dolly siehst du mich nicht egal scheiß drauf was ist das für ein tier in so einem neuen was msd ist tot ein komischer führung gg wir haben es gehe geholt der boss ich wollte dass er verlieren kann weil er nicht mehr blockhitten kann ich kann auch ohne blockhitten spielen ich bin dolly gaming der einzig wahre das ist der wächter da es gibt ja eine emerald in der mitte gibt es einfach nichts brauchbares für mich äh diashwert oder steinschwert mit schärfe 2 komisch alles klar antwortet dann halt keiner diashwert oder steinschwert mit schärfe 2 oh shit oh shit das war's denn wenn dir schärfe 2 Leute schreibt mir jetzt in die kommentare ich bin tot ich stört einfach ja ahnung ja ne zu hau was ich hab ein halb herzen kann ich ringen so schön ja weil du nicht ringen kannst weil du nicht racken kannst kannst du nicht racken die logik ist so geil aha der schlägt wow was machst du erschreck mich nicht Junge hör auf jetzt Williams gib mal kreativ oh lord ich dachte ich bin Williams wir sind mitten in der Aufnahme du Pisser was was ich jetzt mache den ultrajump pfff hast du das zu sehen ich bin bunnyhopper ich bin ein playboy Williams gib mal kreativ die erschwert okay und dann nehmen wir das die erschwert leute ihr seid hier meine leute die mir helfen Dominik es gibt keine emerald wirst und spaß das war ja auch spaß das war spaß spaß war es so gut bis in pvp wenn wir über dich selbst zu reden dann jetzt kannst du ganz hoch springen das ist ja nice komm wenn ich jetzt da noch spring spring hi komm runter ich will mal was probieren ich verkack sowieso das viel besseres equip hab ich gar nicht ne glasflasche nein ich hab feuerwurst ist denn spring mal immer höher oder ein loko komm her ich hab nur ich hab nur ein bannschwert das ist cool ja ich hab schärfe 3 wollen wir spielen komm wir spielen wer als erstes stirbt komm runter hätt ich feile warte es nur bis jemand von hinten kommt komm jetzt ich hab auch ein was du hast feile digga was geht denn hier ab ich wollte schon sagen alter ja komm jetzt was ach ich weiß nur wo drohen ich bin da oben ah ja ok dann geh ich da jetzt hoch ja ja ich denk's ja aber sowieso ja wo ist das Mistviecher äh hello die gmiga kindimage also da oben hab ich vielleicht noch ein bisschen ich weiß nicht ja ich kann ich werde so oder so verlieren jetzt hey die fall runter gg schluss guck hä wo ist denn jetzt der typ of the tyle doesn't have gone oh mein gawd stirb junge stirb stirb Nein, das war wieder mit Skywars, dann würde ich sagen meine Freunde